Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Moritz Birk, ich bin heute hier von der Firma Güttler. Die Firma Güttler ist vielleicht bekannt von der Güttler Prismenwalze. Wir bauen schon seit über 30 Jahren Maschinen im Ackerbau und seit ungefähr 15 Jahren auch Maschinen zur professionellen Gründanpflege. Das ist heute ein großer Teil unseres Umsatzes. Wir sind da, ich würde sagen, Marktführer. Wir bieten hier speziell ein Gerät an mit einem Vorwerkzeug, um eben Wildschäden, auch zum Beispiel wie jetzt hier im Pferdebereich, Trittschäden einzuebenen, die Oberfläche etwas aufzulockern, mit einem Striegel dann etwas Feinerde zu produzieren und eben über ein Sägerät dann auch in den Striegel Saatgut auf dem Boden abzulegen und so eben die grünen Flächen wieder zu sanieren, gewünschte Gräser zu etablieren und anschließend dann bieten wir auch die Möglichkeit, direkt hinter dieser Maschine eine Walze zu koppeln, mit der das Saatgut angedrückt wird und so einen besseren Bodenschluss hat und einen besseren Feldaufgang.